Florian, 1 zu 4 Niederlage. Am Anfang alles anders und dann doch wieder gleich. Wie ist das zu erklären? Schwer zu erklären. Ich glaube, wie du sagst, wir sind in sehr gut ein Spiel gekommen. Wir sind am 1 zu 0 in Führung gegangen. Das haben wir uns die ganze Zeit gewünscht, mal im Spiel in Führung zu gehen. Trotzdem haben wir dann nach einer Viertelstunde, 20 Minuten wieder, dass ich mal wieder ein alter Muster verfalle, dass da kein Selbstvertrauen, kein Mut mehr da war. Was ich jetzt so schnell nach dem Spiel schwer erklären kann, woran das lag. Ja, aber wir müssen uns das wieder langsam erarbeiten. Ich habe gedacht, die letzten zwei Spiele haben uns da ein bisschen Sicherheit gegeben. Leider haben wir uns heute wieder ein bisschen was kaputt gemacht, aber wir müssen weiter daran glauben und wieder aufstehen. Jetzt ist man sechs Punkte vom rettenden Ufer weg. Wie bewusst ist das in der Mannschaft? Ich glaube, jeder kann die Tabelle lesen. Trotzdem, es ist noch nicht vorbei. Wir müssen noch nicht abstiegen. Wir werden bis zum Schluss daran glauben und alles dafür geben, weil nächste Woche ist ein sehr wichtiges Spiel in Freiburg. Darauf müssen wir uns jetzt wieder vorbereiten. Wir müssen wieder jeder Einzelne, muss sich da selber ein bisschen rausziehen, wieder Selbstvertrauen tanken. Weil, wie gesagt, ich glaube, Gladbach war letztes Jahr in einer ähnlichen Situation und wir sehen, wo die heute stehen. Du kannst ja auch die Tabelle lesen und dieses Wochenende lief ja eigentlich alles gegen den FCK. Wie siehst du das? Ja, natürlich lief alles gegen den FCK. Das ist ja gar keine Frage. Aber das Ganze ist noch nicht verloren. Wir müssen das weiter so positiv gestalten, wie es geht. Das ist sicherlich ein schwerer Moment, der uns allen auch wehtut. Für jeden ist das bitter, immer so nach Hause zu gehen mit solchen Niederlagen und sich solche Bretter abzuholen. Aber wir müssen weitermachen. Es muss weitergehen.